hallo hier meine lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren video ihr seht hier pubg mit java ja das spiel ist seit gestern vorgestern oder so kostenlos und die kleinste map und ja ich habe schon mal ein zwei ründchen gespielt habe gedacht ja gut wenn es kostenlos ist dann kannst du spätestens jetzt mal reinschauen ich habe noch nie vorher pubg gespielt ja dann sag mal wo wir rausgehen ich habe keine ahnung ich habe auch gar keinen plan der gertiert hat moxie doch geil aus dahinten oder was hier kommt doch bestimmt richtig viel mit ja keine ahnung digga ich habe ewig kein pubg mehr gespielt ja digga ich noch nie ich noch nie ich sehe aber erstmal gar keinen oh krass ohr decke scope ich höre was auch du bist das dicker holy shit sagt doch ich komme mal zu dir vierfach wie sie waren hier liegt noch eine kniffte wenn du willst ruhig nicht dass er uns hört ach das ist noch weiter weg ich dachte er ist hier hinter schon die met ist halt echt winzig aber wir müssen ja hier in die richtung die zone die schüsse sind vor uns am stein ja ja hier hinter ja okay glaube ich wenn ich mir nicht verguckt habe gerade ich gehe ja ist weg ist weg aber wie hast du eine geile vss oder was ja habe ich doch gesagt ja mann gehe ich den luten auf mich wird geknallt ja der ist ja nicht alleine ja aber wo ist sein mail da am baum hin hätte weg 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 hat nicht mal gesehen die haben auch alle zwei mal weg gelasert mit zwei schuss ja ist eine vss die ist vielleicht übelst krass da ganz hinten ist eine hit one shot den siehst du nicht der ist zu weit weg nein ich muss nachladen oh neben uns close ich bin one shot ich muss heilen ja an dem baum okay hab ich war schön 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 das dürfen nicht verlieren die waffe ist so geil die vss dinge da guck mal was ist das denn digger oh mein normaler verkehr oh mein gott das fährt ach so das fährt kein typ so viel kontrast und steine und krass und wenn die leute dann so krass grüner gillis finden in den airdrop sind ja gillis hutsch drin dann siehst du die gar nicht mehr mehr finde ich aber ganz geil den aspekt ja ist halt schwer realistisch einfach ist ein taktisches realistisch oder hinten ist eine ich sehe einen da ganz hinten hier ganz weit weg da ganz hin da ganz hin also vor uns links ach da ja ja der ist da ist weg ist weg ich habe ihn wo hast du hingeschossen ak irgendwelche outfits ich ziehe mir die mal an obwohl jetzt bin ich besser zu sehen ne shit ich habe jetzt den fetten lederwandler an digger ich habe eine pinke glitzernde jacke an alle in der zone verreckt das ist doch gut vor uns ist weg nice schön ja sieht aus wie ein laufender busch der typ schön geschossen ja aber ja wenn ihr gesehen hättest wie hätte es nicht gesagt wird hier 100 pro liegen oder so er liegt vor mir im gras direkt vor meine leiche hat er dich aber du hast dich bewegt deswegen habe ich auf dich geschossen alter naja ach man dicker er liegt da rum was das denn wir sind dritter geworden also ja aber ich hätte jetzt auch gerne echt anders gekillt worden werden hätte sein können wir hätten er da hoch gemusst ja ja ich meine ich hätte jetzt auch nicht so hart da hoch gehen müssen wir hätten ich hätte einen stein warten können aber also ich bin auf jeden fall nicht einer der typen der sie ins gras legt digger und auch irgendwie wartet auf irgendwas oder so das ist mir zu blöd aber die schnee map ist geil wollen wir mal hier die dino land alter da gibt es 50 millionen leute in digger alter konnte die entfernung sie ist die ganzen leute da ja ja drei also mindestens zehn ich bin tot echt jetzt ja wieso das fallschaden oh bin auf dem felsen aufgeklatscht ja aber tragen ne digger lass mal ja die hätte ich auch gehen ah wow hinter mir scheiße ja ja entspann dich entspann dich ich weiß ich weiß der heute er kämpft da drin ich weiß ich weiß ich weiß und da liegt an meiner leiche liegt eine k98 du kannst dadurch wände ballern ich weiß wo er ist entspann dich ja ja ich bin doch tot was heißt entspann dich du bist tot schon wow wie er da rum hüpft alter pass auf der hat eine karte da sind leider nur zwei das ist ein problem er macht so easy fertig alter guckt der kann doch nix ja jetzt heilt er den wieder jetzt muss ich stürmen stürm digger ja der heilt doch dann sind es wieder zwei voller auto an und rein da du hast du eigentlich gesagt ach man der war auch von hinter mir weiß ich habe gerade dabei ja ja dann drehst du dich um und dann bist du ja ich weiß immer dann man ist ja recht schnell ne machst du halt boop boop und dann bist du halt schon fast da und eigentlich ne was ist mit den frames los gerade ja das ist so manchmal auch bei dir auch weil mir ist gerade heftig ein absturz digger bootcamp wir sind so tot oh gott was ist hier los wir sind wirklich tot digger 2 2 sind noch ist noch einer pass auf mindestens also das überlebt links von mir ok was zum teufel digger 2 ja sind zwei die sind direkt bei meiner leichte warum ist das ding jetzt hier dauerfeuer was ja nice ja geil dass du auf einmal dauerfeuer bist ja wenn du b drückst oh die sind beide tun doch dicker nee jetzt wird das spiel aber auch eklig digger guck mal guck mal guck mal deswegen hab ich extra nichts gesagt ich wusste dass das wieder anfängt damit die sind beide 1 ap siehst es ja ja so ne pisse digger und die beide leben noch ne alles gut aber ist halt diese sind halt wirklich one shot ne ich gehe weiß ich auch nicht wo ich weiß ich weiß es auch nicht du geh hier unten mal rein hier kommen auf jeden fall ne menge mit ak nämlich wo ich habe ihn ja aber entspann dich entspann dich ja ja wenn ich mein was muss der zweite keine ahnung meinst du ist auch da und wenn er ist ja ruhig er kommt an der kommt hinten rum glaube ich ja der ist bei mir der ist wieder am haupteingang das am haupteingang er ist diese wie wenn so jemand mit deinem eben ist hier halt richtig nah ja der hat ja nicht mal geschossen da recht rechts rennt was siehst du ihn selber noch da ja ja jetzt nicht was er macht dumm hin und her laufen hat nicht ich hab drüber geschossen das nachladen ja ich auch ich hab ihn jetzt aber nur noch mann jetzt nur noch ja ja irgendwo hat er noch ein kumpel da am baum am bing noch mal ja okay ja ich sehe ich hole das auto du beballerst weiter auf ihn warten jetzt kommen los wir müssen zone kommt nur fahr mal weiter noch ein stück mal fahr definitiv weiter ja ja auf dich ja da drüben sitzen zwei pass auf pass auf sind zwei sind zwei ja wie aufpassen ja ja ich mach gar nichts alle sie haben sich auf mich eingeschossen ja ich sehe ich sehe eigentlich versucht die zu snipe mehr ja okay das wird aber glaube ich nix hier auf dem balkon die zone der geld ist in meinem arsch muss weg ja ja ich mach doch der mit schweizer oder gehen muss runter ja jetzt natürlich mit schnell feuer gewähren habe ich muss mich heilen ja ich muss mich heilen sonst wird da und digger macht ultra viel schaden ich bin da bin ich nicht okay ich renne weiter ja ne das wird nix ich bin tot ja ja das wird nix ich habe ihn gedrückt digger ich habe ihn gedrückt er ist down okay nice nice ich renne in deckung ich renne in deckung ich renne in deckung ich bin one shot digger ich muss mich heilen ja mach in ruhe er ist down okay nice schön ich höre sie du hörst sie ja ich bin drin ja vorsichtig bleib hier draußen ne eine rausgesprung habe einen gedauert ja muss ich sehe nix er ist genau da der ist genau da auch ich habe ihn nice ich bin da und wegen zone ich bin schon da kann ich da nicht holen alter ja ist okay ich weiß nicht hat er mich jetzt abgeschossen habe ich durch die zone verreckt die zone alter die macht richtig damage ja ist ja phase 5 mittlerweile holy shit du sau ja ach was willst du da machen ja nix ja wir haben auch wieder zu spät in der zone alter das ist halt immer oh bin ich schlecht ja die pushen mich schon ach du scheiße sind die greedy die sind hier ach das sind absolute profis kam auch in die dreckstür nicht rein die ging nicht auf hat ein schön ja der ist doch hier noch oder nicht hast du ihn komplett getötet ja ach so ok da oben im haus oh mein gott ich habe mir schon oben im haus wo es oben da oben an der tür oben bei in dem haus wo du bist wir raschen den jetzt weg tun wir das wie kommen wir hier hoch ok hier 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 bei mir ja er macht noch eine nate noch eine nate wahrscheinlich noch eine ich habe aber molly du kleiner arsch das war eine flash die hat er schmeißt den molly hoch ja ne ich habe lieber meine waffe in der hand sonst tötet der mich gleich dicker so ich gehe ich gehe gucken ja pfeff nichts ein bisschen gehittet aber ich weiß nicht wie viel er kommt und 282 dicker als ob die das schimmeln in dem haus alter als ob die hier die ganze zeit drin schimmeln und warten jetzt mal im ernst alter